Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Creator Code in Fortnite bekommt. Dazu musst du zum ersten Link in der Beschreibung gehen. Tippe auf jetzt bewerben. Kreuze als erstes an, ob du über 18 Jahre alt bist oder nicht. Du brauchst für einen Creator Code mindestens 1000 Abonnenten auf YouTube oder auf anderen Social Media Plattformen. Wähle aus, auf welchen Plattformen du bist. Du kannst mehrere auswählen, aber mindestens eine davon muss über mindestens 1000 Abonnenten haben. Um dein Profil hinzuzufügen musst du den Link deines Profils eingeben. Kopiere den Link und gib ihn dann ein. Tippe nun auf hinzufügen. Falls du noch andere Profile hinzufügen willst musst du das gleiche nochmal machen. Gib nun deine Telefonnummer an und kreuze dann an, damit du zustimmst, dass eines deiner Profile über 1000 Abonnenten hat. Gib hier nun deine Sprache, dein Land und deinen Ort an. Die nächsten Schritte sind selbsterklärend. Ich würde mich sehr über ein Abo von dir freuen, ein Like auf das Video würde mich auch sehr unterstützen. 3 mit Vielen Dank.